Tja, Heinz, aber über die Messe, die ich abgehalten habe hinaus, glaube ich ja auch an Gott. Wir dürfen Gott Vater nennen, denn durch die Taufe und durch den Glauben an Jesus Christus sind wir zu Kindern Gottes geworden. Gott, unser Vater, kennt uns von Mutterleib an. Er hat uns geformt und uns ans Leben gerufen. Und in der Taufe hat er zu uns gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wir gehören alle zu Gottes Familie, Heinz. Und deshalb beten wir auch nicht mein Vater, sondern unser Vater im Himmel. Jesus ruft uns in die Gemeinschaft seiner Jüngerinnen und Jünger. Aber es sollte erstmal sein, Heinz, es reicht jetzt erstmal, ne? Ich glaube, das ist dir sonst zu viel. Ja, jeder hat ja so seinen eigenen Glauben.